Hallo hier ist euer gehasster Logan Paul auf Kappa Bärs YouTube Kanal. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich nur eine Leiche statt zwei gefunden habe. Das wäre doch viel lustiger und hätte mehr Klicks gebracht. Zum Glück hat mich die Polizei mich nicht bei meiner Straftat erwischt. Am Ende hätten sie noch gesehen, wie ich der Leiche ihre Pillen geklaut habe. Es tut mir so leid Kappa. Ich werde jetzt die Pille danach nehmen.